Heute zeige ich euch eine Bleibübung. Dabei lasse ich Rubi sitzen und Pico kann ruhig Platz machen und auf mein Signal sollen die Beine dann herkommen. Genau. Also erstmal bleib. 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 Wichtig ist auch nicht zu weit, weil sonst rennen die vielleicht von selber los. Das wollen wir nicht. Okay. Ja, super. Fein gemacht, Rubi und Pico. Nur er ist schon sehr abgelenkt und mit der Nase wieder im Grab.